Ja Freunde, es gibt mal wieder tolle Neuigkeiten und zwar zu Assassin's Creed Kingdom Ragnarok Valhalla wie auch immer, das klären wir heute. Mein Name ist Frank Barth und wenn ihr anziehend aussehen wollt, dann könnt ihr das tun. Das verstehen übrigens nur Insider. Kommt ihr auch noch auf den Trichter, wenn ihr am Ende dran bleibt. Könnte so sein. Der französische Assassin's Creed YouTuber Jonathan hat auf Twitter ein paar Infos rausgehauen aus seinen Ubisoft-Quellen zu Assassin's Creed Kingdom Ragnarok. Und tatsächlich bestätigt er in seinem Tweet zuerst nochmal, dass es sich um ein Wikinger-Thema handelt. Nun, Jonathan, äh, Jonathan, wie auch immer, ist nicht dafür bekannt, ein großer Leaker zu sein. Das weiß man nicht, ob das jetzt unbedingt stimmen muss. Ich glaube aber nicht, dass er mit Falschinfos hier glänzen möchte. Er hat schon einige falsche Leaks erstellt und sich dazu dann später bekannt. Hm, man weiß es nicht, aber das war immer auf Reddit und anonym und dann hat er mit seinem echten Account das alles klargestellt. Von daher denke ich, dass das tatsächlich jetzt Hand und Fuß hat, wie ein Fötus im dritten Schwangerschaftsmonat. Das Spiel wird nicht Assassin's Creed Kingdom oder Ragnarok heißen. Das wussten wir eigentlich schon länger, das war klar. Kingdom war der Arbeitstitel, Ragnarok, das war eine Erfindung der Medien, vielleicht war es doch auch ein Arbeitstitel. Wer weiß, auf jeden Fall heißt es nicht so. Ist mir eigentlich egal, vielleicht heißt es irgendwie Assassin's Creed Viginger und die starken Männer. Das wäre doch auch ein cooler Name, oder? Eine Sache, die wird euch so richtig freuen und zwar das Comeback der Versteckten Klinge. Ja, sie ist zurück und das ist auch logisch, denn die Wikinger-Era spielt 800 nach Christus. Bis 1200 nach Christus ungefähr, das war so die Blütezeit. Und die Versteckte Klinge hat ja seinen Einzug gehalten mit Darius. Er hat damals den Perser-King Xerxes damit erdrosselt. Die Klinge gab es natürlich auch vorher, das aber schon um 400 vor Christus, wie wir herausgefunden haben. Und das bedeutet, dass die Klinge da schon salonfähig war. Wir wissen, sie wurde weitergegeben an Bayek von Arya. Wie genau das stattgefunden hat, das möchte ich hier nicht spoilern. Für alle, die noch keine Assassin's Creed Origins gespielt haben, spielt Assassin's Creed Origins. Das ist ein sehr gutes und cooles Game, das solltet ihr euch unbedingt mal anschauen. Und im Laufe der Jahre ist dann die Versteckte Klinge natürlich immer weiterentwickelt worden. Die Assassinen müssten sich keine Finger mehr abtrennen. Ich habe auch ein Video zur Versteckten Klinge gemacht. Ich hoffe, ich denke dran und verlinke euch das. Ansonsten wäre es nett, wenn das vielleicht einer der Moderatoren posten könnte. Oder ich das dann nachhole und ihr mich daran erinnert. Es kam auf jeden Fall sehr, sehr gut bei euch an. Der Schild wird auch zurück sein. Einzug in Assassin's Creed hielt er mit Bayek von Ziva. Magi. Kein Hexer und auch nicht Geralt von Riva. Und dieser Schild hat die Nation gespalten. Denn die einen sagten, was soll ein Schild in Assassin's Creed? Und die anderen sagten, cool ein Schild in Assassin's Creed. Also zwei Arten von Menschen quasi. Ich persönlich gehöre zur Fraktion, cool ein Schild in Assassin's Creed. Fand, es war ein wenig klobiger als in Assassin's Creed Odyssey. Das Action-Gameplay in Odyssey war natürlich nochmal komplett anders. Und der Schild, der, ja, der war cool. Kein Must-Have. Ich weiß es nicht. Aber gestört hat er mich eigentlich damals nicht. Als ich den Unterschied gemerkt habe, wie es auch sein kann, mit dynamischem Action-Gameplay, fand ich das ein bisschen besser. Ich bin gespannt, wie Ubisoft das Ganze umsetzt. Ob vielleicht auch wieder Fähigkeiten kommen? Könnte sein. Mal schauen, wenn, wie das umgesetzt wird. Er sagt, die Hauptfigur, die soll eine Frau sein. Also wie in Assassin's Creed Odyssey. Da konnten wir Cassandra wählen. Das war quasi Protagonist aus dem Hause Ubisoft. Ubisoft, das war der Protagonist, für den die Story geschrieben wurde. Eigentlich die Protagonistin. Und Alexios war eine Alternative. Er sagt hier, wir können aber auch wieder die Alternative wählen und einen Mann aussuchen. Ich meine, in Odyssey, das war klar. 60% aller Spieler haben etwa Alexios gewählt und nur 40% Cassandra. Das sind weniger als zu erwarten. Und wenn der eigentliche Protagonist Cassandra ist, dann sind 40% verdammt wenig. Und das ist halt ein klares Zeichen, dass die Leute nicht so Bock auf einen weiblichen Protagonisten haben. Und deswegen hier die Notfalllösung. Hey, wir packen beides rein. Naja, finde ich persönlich nicht so gut. Ich denke mal, die meisten von euch werden es schätzen, weil die meisten tatsächlich Alexios gepickt haben. Der Hauptcharakter wird übrigens nicht Jora heißen. Jora, das stand in einigen Leaks. Aber man muss sagen, zu diesen Leaks, man kann die immer in verschiedene Vertrauenswürdigkeitskategorien einteilen. Ganz oben sind Ankündigungen. Das sind eigentlich keine Leaks. Dann sind Leaks, die aus Versehen passieren. Sagen wir, Ubisoft stellt aus Versehen einen Trailer online. Und dann kommen irgendwelche vertrauensvollen Leaker wie Jason Schreier von Kotaku, der in der Vergangenheit sehr erfolgreich und sehr viel geleakt hat und das immer gestimmt hat. Und dann ganz unten, dann kommen die 4chan-Posts und 9gag-Posts und Reddit-Einträge. Und genau sowas war das nämlich damals. Genau diese Qualität hatte dieser Leak. Und Jora, das stand für mich nie zur Debatte, dass das stimmen muss. Es kann stimmen, kann nicht stimmen. Die Chancen waren quasi 50-50, würde mein Mathelehrer jetzt nicht sagen. Genau. Der Jonathan bestätigt hier auch nochmal Skandinavien. Das wird nicht das einzige Spielgebiet sein. Und wir wissen ja, die Wikinger, klar, die kommen aus Skandinavien. In Dänemark etwas später, früh aber tatsächlich Norwegen. Und die sind von Norwegen dann auch ganz viel Richtung England gedüst, Richtung Irland gedüst und haben dort natürlich geplündert und gebrannt schatzt. Und wir haben das in vielen Videos schon mal besprochen, die Historie der Wikinger, wie die damals sich bewegt haben. Ich meine, theoretisch ist alles möglich. Die waren fast überall. Die waren in Kanada, die waren in Grönland, in Island und so weiter. Aber das erst im Laufe der Zeit. Die frühe Wikingerzeit, die beschränkte sich eher auf den skandinavischen Raum, also um 800 nach Christus und den englischen Raum. Das natürlich so als Fokus, den man auch aus den Medien immer wieder ausgeschlachtet kennt. Die Angriffe auf englische Kloster, das ist natürlich mittlerweile so Industriestandard und man kennt es nicht anders, oder? In jedem Fall halte ich es für wahrscheinlich, dass wir auch irgendwie England dann haben und dass wir vielleicht sogar Schottland haben. Je nachdem, wie groß das wird. Aber da es ein Ubisoft Open World RPG ist, wird das wahrscheinlich sehr groß sein. Ach, und da habe ich RPG gesagt und der Jonathan schreibt es ja auch in seinem Post. Es gibt immer noch einen RPG-Modus. Beziehungsweise es ist immer noch im RPG-Modus. Wahrscheinlich eine schlechte Übersetzung. Und das bedeutet, es ist weiterhin ein Rollenspiel. Viele von euch haben sich darüber geärgert. Assassin's Creed, das soll kein Rollenspiel sein. Das soll mein Action-Game mit linearer Story sein. Das ist hier nicht der Fall. Das könnt ihr nicht erwarten. Offizielle Ankündigung ist noch nicht durch. Das betone ich nochmal. Verteufelt das Spiel nicht zu früh. Aber tatsächlich ist es unwahrscheinlich, dass es ein Assassin's Creed nach euren Vorstellungen wird, wenn ihr sagt, hey, ich möchte ein Assassin's Creed im alten Stil. Denn Ubisoft hat selber schon gesagt, sie sind einen neuen Weg gegangen. Sie sind den Weg gegangen, dass sie einfach Rollenspiele machen. Sie haben angefangen mit Origins. Das war ein bisschen RPG-like. Dann Odyssey. Das war mehr RPG-like mit Entscheidungen. Items, Set, Skillung. Dies, das. Und das nächste Assassin's Creed, das soll das auf die Spitze treiben. Wie ein Speer oder ein Bogen. Ah ne, ein Pfeil. Ein Bogen nicht, das ist ja gebogen halt. Wisst ihr eigentlich noch, in meinem letzten Video, da habe ich euch meinen Ständer gezeigt. Und wer das jetzt nicht versteht, der sollte sich nochmal mein letztes Video anschauen. Ich glaube, das hieß irgendwie sowas wie Assassin's Creed Ragnarok bald. Und damit meine ich keine Glatze. Jetzt kommt ein sehr spannender Teil. Viele übernatürliche Inhalte, sagt der Jonathan hier, werden wir haben. Und vor allem natürlich Fokus auf Isu. Erste Civilization. A.K.A. Zivilisation. Darauf erstmal einen Schluck Erste Zivilisation-Cola. Manche sagen ja, in meinen Adern würde Cola fließen. Nun, Erste Zivilisation, das hat nicht jedem so zugesagt in Assassin's Creed Odyssey. Kann ich verstehen? Mir hat es zugesagt. Von daher kann ich da keine Kritik üben. War auch schon immer Bestandteil von Assassin's Creed. Jetzt ist es noch mehr Bestandteil von Assassin's Creed als jemals zuvor. Bedeutet, es könnte sein, dass wir in diesem Sinne wieder Fähigkeiten bekommen, die Isu-Level haben. Wie in Assassin's Creed Odyssey. Da war es ja anders begründet. Die Begründung möchte ich euch jetzt nicht vorwegnehmen, falls ihr das Game noch nicht gespielt habt. Aber in jedem Fall wird auch hier wieder ein Fokus darauf liegen. Freue ich mich drauf. Viele vielleicht nicht. Freue mich, wenn ihr euch freut und bin schade, wenn ihr euch nicht freut. Aber am Ende des Tages ist es, wie gesagt, noch nicht offiziell. Dann sagt der Jonathan noch kein Koop. Und da habe ich mal in seinen französischen Tweet geguckt und er meint damit kein Koop. Schade. Sehr schade. Ich hatte mich gefreut, weil in einigen Leaks tatsächlich stand, wir haben Koop-Gameplay und ich liebe Koop-Gameplay. Feier ich mega. Hätte ich Bock drauf gehabt. Aber stattdessen haben wir das nicht. Machste nichts. Aber ist halt so. War irgendwo zu erwarten, weil es wahrscheinlich technisch mit der Engine und so weiter nicht ganz so gut umzusetzen ist. Keine Ahnung. Wobei eigentlich schon. Ich meine, in anderen Assassin's Creed hat es ja auch geklappt. War aber nie der Renner wie ein Formel-1-Wagen, sondern war eher so als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet mäßig. Und ja, ein paar zocken es heute noch, aber wenig. Es ist jetzt kein Ding. So ein Assassin's Creed, richtiges Multiplayer-Game. Das wäre ja nicht mal richtig geil, wo eine Gruppe von Assassinen gegen Gruppen von Templar spielt und das so vielleicht MMO-mäßig oder so. Das könnte ich mir gut vorstellen. Wird aber wahrscheinlich nicht in Ubisofts Portfolio passen. Von daher, wahrscheinlich kommt das erstmal nicht. Und er sagt, Ausflug noch zum Ende des Jahres geplant. Bedeutet, ja, das Release des Spiels. Und das ist auch eigentlich klar. Assassin's Creed, das kam über Jahre immer im Herbst. Oktober, November, das ist so das klassische Release-Fenster für Assassin's Creed. Und das können wir hier auch für den nächsten Teil erwarten, der nicht Ragnarok heißen wird, aber von mir momentan noch so genannt wird, weil es einfacher ist. Da haben wir alle einen gemeinsamen Nenner. Ich freue mich mega auf dieses Jahr. Vor allem auf das Ende. Ich meine, was gerade alles so passiert. Komplett krass. Also, wir hatten selten so eine heftige Zeit auf dem Gaming-Markt, wo so viel angekündigt war und nichts passiert ist. Und das gab es in der Form, glaube ich, nie. In diesem Sinne, liebe Leute, heißt es dann irgendwann mal wieder Rambazamba in Griechenland. Vielleicht sehen wir uns heute im Livestream. Heute Abend um 20 Uhr zum legendärsten Live-Event aller Zeiten. Würde ich mich freuen. Und Küsschen geht raus. Bis später. Euer Peter. Und gern nochmal die Glocke hier aktivieren, bevor es jetzt heißt Anziehend Aussehen. Jetzt wisst ihr mehr. Euer Frank Bartz. Anziehend Aussehen. www.fragnaht.shop Auch du möchtest auf der Straße attraktiven Angebern gefallen? Dann kannst du bald Anziehend Aussehen. www.fragnaht.shop Anziehend Aussehen. Ciao, Leute. Anziehend Aussehen.